Es dürfte wohl schon jedermann bekannt sein, was auch gleichzeitig ein trauriger Fakt ist, dass wir hier alle in einer kalten und grausamen Welt leben. Menschen werden ermordet oder sie verschwinden auf mysteriöse Art und Weise. Später werden sie dann grausam zugerichtet vorgefunden oder sie bleiben weiterhin auf rätselhafte Weise verschwunden. Trotz intensiver Suche kann jedoch keine Spur von der verschwundenen oder vermissten Person gefunden werden. Die ganze Sache wird dann später zu einem sogenannten Cold Case. Das gleiche gilt auch bei mysteriösen Mordfällen. Zwar werden die Leichen von vermissten und später ermordeten Leuten, meistens durch Zufälle, wiedergefunden, jedoch können hierbei keine handfesten Beweise oder Spuren seitens der Ermittler gefunden werden, die sie dann später zum Täter führen sollten. Da hierbei entweder Beweise fehlten oder manch andere Spuren zum Fall verschleiert wurden. Von solch ungelösten Mordfällen wurde schon in der Vergangenheit leider recht häufig berichtet. Eines dieser vielen ungelösten Mordfälle, was ich hier in diesem Video ansprechen möchte, passierte mal einst am 14. Februar 2017, was sich in Delphi, Indiana in den USA abgespielt hatte. Der Fall war unter dem Namen Down the Hill, zu Deutsch den Hügel hinunter bekannt, da dieser Satz hierbei ein wichtiges Indiz zum Mordfall gewesen war. In diesem Fall ging es um zwei junge Mädchen, die später tot aufgefunden wurden. Bei den Opfern handelte es sich um die 13-jährige Abigail Williams und die 14-jährige Liberty German, dessen Leichen in der Nähe des Monon Highbridge Trail entdeckt wurden. Vom Fall wurde zwar in den Medien ausführlich berichtet, jedoch konnte, trotz intensiver Suche und tausender Tipps, die örtliche Polizei keinen Verdächtigen hierfür finden bzw. verhaften. Die Monon Highbridge ist eine alte Holz- und Schienbrücke, die über einem relativ großen Fluss verläuft, der sich in der Gemeinde Deer Creek bei Carroll County im US-Bundesstaat Indiana befindet, die vermutlich zu früheren Zeiten als Transport- oder Reiseverbindung für Eisenbahn diente. Die Gleisen zur Brücke sind jedoch seit langer Zeit vom allgemeinen Zug- und Bahnverkehr aufgegeben worden, so dass die alte Schienbrücke nur noch lediglich als Holzbrücke für Wanderwege dient. Am 13. Februar 2017, also vor dem Verschwinden, wurden die beiden Mädchen Liberty und Abigail noch von Libertys Schwester Kelsey gesehen, die sie damals um 13.35 Uhr in der Nähe der Brücke absetzte. Laut Ermittlungen und Spurensuche wanderten dann später die beiden Mädchen auf der Monon Highbridge. Um ca. 14.07 Uhr veröffentlichte das Mädchen Liberty ein Foto, worauf das andere Mädchen Abigail auf der Brücke zu sehen ist. Danach verloren sich dann ihre Spuren. Die Mädchen wurden um 17.30 Uhr als vermisst gemeldet, nachdem sie Libertys Vater, nicht wie geplant, um 15.15 Uhr antrafen. Die Familien der beiden Mädchen suchten zunächst selbst nach Liberty und Abigail, bevor sie dann letzten Ends selbst die Polizei anriefen. Die örtlichen Behörden, die das Gebiet damals schnell durchsuchten, vermuteten zunächst, dass es sich hierbei um einen schlechten Scherz seitens der beiden Mädchen gehandelt habe. Dies änderte sich jedoch, als dann die Leichen der zwei Mädchen am nächsten Tag gegen Mittag gefunden wurden. Die Leichen wurden etwa 800 Meter östlich von der verlassenen Monon Highbridge gefunden. Die Leichen waren etwa 15 Meter vom Nordufer des Deer Creek vorgefunden worden. Wie genau die beiden Mädchen zu Tode kamen, wurde seitens der Behörden nicht verraten, gerade weil es zur Entlastung der Familien der beiden ermordeten Mädchen diente. Bei den Ermittlungen zum Mordfall untersuchte die Polizei unter anderem Libertys Smartphone, was das bisher bekannte Foto von Abigail auf der Brücke geschossen hatte. Bei weiteren Untersuchungen konnte jedoch die Polizei ein paar interessante Spuren sicherstellen. Die für den Fall sehr wichtig waren. Denn auf dem Smartphone fand man nämlich ein Foto, worauf ein fremder Mann zu sehen war, der sich ebenfalls, wenn man sich den Hintergrund genau anschaut, auf der gleichen Brücke befand, wo sich auch einst die beiden ermordeten Mädchen befanden. Die Bildqualität war jedoch nicht besonders gut. Trotz allem konnte man allerdings auf dem Bild einen kaukasischen Mann mit blauer Hose und blauer Jacke erkennen, der mit gesenktem Kopf und mit den Händen in den Taschen auf der Eisenbahnbrücke direkt auf die Mädchen zuging. Da das Bild in seiner Qualität recht körnig war, konnte man jedoch beim verdächtigen Mann im Bild das Gesicht nicht klar erkennen, was hierbei seitens der Polizei die Beschreibung zum Täter erschwerte. Jedoch blieb es nicht nur beim Foto der mutmaßlich verdächtigen Person. Denn es wurde sogar auch eine Audioaufnahme auf Liberty's Smartphone gefunden, die offenbar heimlich aufgenommen wurde, da die Tonqualität recht verzerrt und krächzend klang. Trotz allem konnte man jedoch auf der Audioaufnahme eine männliche Stimme hören, die offenbar von der verdächtigen Person auf dem Foto abstammte. Auch wenn man es in der Originalaufnahme nicht so richtig verstehen konnte, konnte man jedoch heraushören, dass die männliche Stimme den Satz Down the Hill, also den Hügel hinunter, sagte. Durch diese Tonaufnahme bzw. Worte des bisher unbekannten Verdächtigen wurde der gesamte Fall unter dem Titel Down the Hill bekannt. Jedoch, wie schon bereits erwähnt, konnte dieser Fall bis zum heutigen Tag nicht aufgedeckt werden. Zwar gab es zum Fall eine Phantomzeichnung des Täters, sowie auch einige Personen, die für die damaligen Ermittler von hohem Interesse waren, jedoch konnten und wurden zum Fall keine genauen Spuren zum eigentlichen Täter gefunden werden. Auf Anfrage der Mutter von Liberty German haben unzählige Hausbesitzer in ganz Zentralindiana orangefarbene Lichter auf ihren Veranden installiert, um dadurch sowohl den Mädchen zu gedenken, als auch um anzuzeigen, dass der Mörder der zwei Mädchen, trotz intensiver Suche, noch weiterhin auf freiem Fuß ist. Im August 2017 gaben dann die Familien der ermordeten Mädchen bekannt, zum Gedenken der beiden Opfer, ein Sportkomplex in Delphi zu gründen und zu bauen. Im Laufe der Jahre und durch gemeinnützige Organisationen wurde dann der Abbey & Libby Memorial Park gegründet, um das Leben der beiden ermordeten Mädchen dadurch zu feiern und gedenken zu können und um gleichzeitig einen Ort für die Wertschätzung von Natur, Kunst, Spiel und Sportlichkeit für weitere kommende Generationen zu erschaffen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018